So, meine Arbeit für heute ist getan. Ich habe meine Erdbeeren da angesetzt. Die haben da so ein schönes Dach und wie ihr seht, kommt da hinten ein Sturm. Heftig. Deswegen packe ich jetzt mal so meine Sachen ein bisschen ein. Und ja, gehe so langsam Richtung nach Hause. Schaut mal hier, wollte ich euch noch zeigen. Mein Wein kommt jetzt. Wunderbar. Und hinterm Wein habe ich dann die Tomaten. Die können da unter dem Vordach bei meinem Wächter schön wachsen. Gut, oder? Damit verabschiede ich mich. Nein, gar nicht. Noch mit so einem schönen Weinblättchen. Tschüss.